Alles ist gut. Hallo mein Schatz. Dann machen wir hier jetzt mal Stopp. Alles gut bei euch. Und, wie war's denn heute? Heute war's alles super. War wirklich alles sehr gut heute. Ist das wirklich passiert? Zum Glück hat es niemand gesehen. Das wäre wohl böse für mich ausgegangen. Doch was ist nun mit dem Kind geschehen? Übelkeit, Schwindel, blaue Flecken. Die Eltern, völlig ahnungslos, werden sich erschrecken. Und für die Angst vor meinen Fehlern und seinen Konsequenzen zahlt nun wer? Ja? Komm rein. Guten Morgen, Frau Michel. Guten Morgen, Irene. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich hab einen Fehler gemacht. Komm rein. Setz dich. Dreh einmal das Schild bitte um. Ja. Fehler. Egal, wie du sie nennen magst. Jeder hat sie. Jeder macht sie. Sie gehören dazu. Ich steh dazu. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Vielen Dank.